Hallo, ich bin Ingrid und ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, die ich mit Jugendlichen gemacht habe. Ich möchte euch heute von Paul erzählen. Paul war krebskrank und es war im Endstadium. Und ich habe einen Anruf bekommen aus dem Norden Deutschlands. Ingrid, kannst du helfen? Paul braucht Seelsorge, ihm geht es schlecht. Huch, habe ich gedacht, warum soll ich ausgerechnet da jetzt reinkommen? Sie haben doch einen Prediger vielleicht vor Ort. Okay, habe ich gesagt, dann gib mir seine Telefonnummer und ich werde Gott bitten, mir die richtigen Worte zu geben. So hatte ich Paul am Ohr und hörte mir die ganze Leidensgeschichte an. Ein junger Mann, unter 30 Jahren, Krebs im Endstadium. Und was sagst du da? Und was sagst du da? Und so ließ ich ihn erst mal erzählen. Er war noch nicht Adventist. Er wollte Adventist gerne noch werden. Er ging in eine Gemeinde, fühlte sich dort geistlich zu Hause. Er war verlobt. Und so hatte er mir erzählt, dass er vor zwei Jahren, als der Krebs ausbrach, zu einem Glaubensbruder gekommen ist, der auf Naturbasis Heilung angeboten hat. Und das ist wirklich wunderbar gelaufen. Sie haben auf Naturbasis alle möglichen Sachen angewendet und es hat ihm geholfen. Und man glaubt es kaum, er ging eigentlich als geheilt nach Hause. War so überglücklich über diesen Zustand, dass er übertrieben Sport getrieben hat. Und dass er so viel vor Freude gegessen hat, dass er sich überessen hat. Und nach wenigen Monaten lag er wieder flach. Es war einfach furchtbar. Und er hat mir das ganz offen und ehrlich erzählt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Paul, das ist der Ist-Zustand. Aber es ist noch nicht aus. Du kannst immer noch innerlichen Frieden und innerlich geheilt werden mit Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du mit Jesus im Reinen? Und er lag inzwischen im Krankenhaus. Und da sagte er, wieso? Mit Jesus im Reinen. Ich liebe Jesus. Das genügt doch, Ingrid. Und da sage ich, da lass mich mal ein bisschen auf dem Zahn bei dir noch fühlen. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn so? Was hast du in deinem Leben so gemacht? Womit hast du dich in deiner Freizeit beschäftigt? Da sagt er, ach, was alle machen. Was alle machen. Ich habe Musik gehört nach der Arbeit. Und ich bin joggen gegangen. Und ich habe Filme mir reingezogen. Alles. Weißt du doch. Ach so, sage ich. Wie stellst du dir vor, mit dieser Einstellung jetzt vor Jesus zu stehen? Ja, da wäschst du doch alles ab mit seinem Blut. Ja, sage ich. Schon. Aber meinst du nicht, dass wir jetzt mal zu Jesus hingehen und dass du dein Leben noch mal ordnest? Das geht doch gar nicht mehr. Die Ärzte haben mir noch vier Tage gegeben. Also, ach, sage ich. Was die Ärzte sagen, ist doch egal, was Gott sagt. Das ist jetzt wichtig. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen. Ich habe gesagt, der Weg der Befreiung aus diesen Belastungen. Er war okkult belastet. Er hatte mir einige Sachen erzählt. Und dann habe ich gesagt, du hast die Möglichkeit, komplett frei zu werden. Was? Wie soll das gehen? Ja, sage ich. Komm, wir gehen zu Jesus und habe ihm gezeigt, wenn du deine Sünden erkannt hast, du bekennst sie, schreibst du alles auf den Zettel auf und dann bekennst du laut und mit Namen die Sünden vor Jesus Christus. Er war allein in einem Zimmer und das war wunderbar. Ja, aber er hatte solche Angst zu sterben vorher. Ich sage, keine Angst, du stirbst erst dann, wenn Jesus Christus es bestimmt. Und er möchte, dass du frei wirst. Er hat es getan. Ich habe gebetet und ich habe meine Gebets- und Fastengruppe eingeschaltet. Das war ja jetzt hier ein besonderer Fall sozusagen. Und wir haben gebetet, dass Gott ihm die Gnadenzeit noch gibt. Dann hat er die Absagegebete an Satan gemacht, rief mich immer zwischendurch an, Suizidgefährdete und Todeskandidaten können mich Tag und Nacht anrufen. Das ist einfach ganz wichtig für sie. Und dann rief er an, manchmal nachts um halb zwölf und sagte, Ingrid, muss ich das auch bekennen und das bekennen? Ich sage, das musst du mir nicht sagen, Hauptsache du bist mit Christus, hast du das besprochen. Er zeigte das auf durch seinen Heiligen Geist. Nach einer Woche, nach einer Woche rief er mich an, Ingrid, ich bin frei, 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 das fühlt sich sowas von gut an. Und wir haben beide am Telefon geweint, vor Freude. Und ich lebe noch, sagte er. Dann haben wir noch gemeinsam ein Gebet gesprochen. Gott sein Leben, was jetzt zu Ende geht, anvertraut, ihm gedankt für diesen tiefen inneren Frieden, den er bekommen hatte. Das berührt einen auch selbst sehr. Ja, die Jugendlichen, auch wenn ich sie, ich hatte ihn nur drei Wochen insgesamt, mit ihm war ich in Kontakt. Aber das berührt einen auch selbst so, dass man das nicht so einfach aus den Kleidern streifen kann. Und als er, danach hat er noch zwei Tage gelebt, er rief mich auch noch an. Ingrid, es tut jetzt so weh, bete nochmal mit mir, ich komme, die Angst kommt wieder hoch. Wir haben gebetet und gefläht. Und Jesus Christus war ihm so gnädig. Er war barmherzig, wirklich. Und am dritten Tag bekam ich von den Verwandten einen Anruf. Und sie sagten mir, Ingrid, Paul ist ganz in Frieden eingeschlafen. Und das ist etwas, was sich lohnt, diesen Dienst zu tun. Wo man sieht, dass Gott, was Gnade ist, dass Gott so wirkt, dass einem Menschen Gnade widerfahren ist und er wird auf der neuen Erde sein. Und dafür danke ich Gott. Und du hast geflägt, Gott sei Dank. Untertitelung des ZDF, 2020